das ist scheiße gut vielleicht hätte ich nicht in den ich habe nämlich so schiss vor dem scheiß buzzer striker ja weil ich dann einfach so oft weg gelackt worden bin ich weiß was ich dann was ich dann lasst picken barbara ok an ihn jetzt haben wir das das problem ist dass meine segment ja nicht schnell genug ist wahrscheinlich seine barbara ok meine öffner kann ich zweiten machen schon was soll ich da machen das ist halt scheiße so ne so es liebt mich wahrscheinlich eh oder meint oder nicht nur zwei block beruhig dich einmal jetzt liebt er mich natürlich was soll ich was soll ich machen ich meine das ist ja nicht schwer irgendwie meine meine segment zum outspeeden und alles halt ne es wäre geiler wenn sie schneller wäre aber keine ahnung hier läuft irgendwie nicht so wie ich mir das ich sage ja das ist halt so das team irgendwie gegen leute wirklich die halt auf turn one gehen ja wenn halt der sheer band ist es ist halt keine swift segment ne es ist halt keine swift segment was soll ich denn machen ich könnte jetzt wieder hahn wunser nehmen aber das ding ist halt aber das ding ist halt dann ist so jamaia komplett useless keine ahnung ja ich mache es einfach in der hoffnung dass uns der wasser striker nicht weglackt natürlich mein scheiße sheer reduced ne ja 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 okay ja ja okay ja ja Mein last pick würde ich sehen wahrscheinlich U auf Banner, aber Han, Tablo, Jemaya Okay, komm, Alter, jetzt lief doch einfach Wirklich Tarn skills ready Okay, danke Jesus, der war ja urloh hier Weil ich schon wieder so getroppt bin Echt scheiße Winrate, keine Ahnung Nein, okay, paar habe ich auch so verkackt, kann man nicht sagen Aber I don't know, das Problem ist halt Gegen die Leute, die das Spiel Den eigentlich Noobs, halt Das sind alle scheiße, das ist halt einfach Das ist gar nichts Der Unterschied zwischen denen und G1 Ist, weiß ich nicht Das sind halt Welten Das ist halt Keine Ahnung Mit dem Update wird alles besser, wenn bessere Runde droppen Da kommen dann die Quadspeats ohne Ende Das Ding ist halt auch Was ist mein Segment Plus 180 Ist halt Ja, nicht so besonders Schnell halt, ne Ich meine, ich wüsste nicht, ob Ob Wenn ich jetzt irgendwie 10 Speed mehr hätte Ob ich irgendwie den G1 outgespeedet hätte Ich weiß nicht Oha Kami Windpanda Wieso pickst du Josephine Und Tian Leng Was mach ich Ich weiß es nicht Okay, wer hat sie gedacht So Was machen wir Ich überlege irgendwie Josephine Josephine, ja Josephine mit Segment zum Resetten Schauen wir mal Wie viele Willrunen Okay Na gut Das heißt Ich muss ja nicht Ich muss ja nicht Boosten So Bittes Dann jetzt mal Irgendwie nix War eh klar War eh klar Oh mein Gott Erst Nutzig sehr Wir machen es halt einfacher Kein Vayu Ja Und ihm natürlich Ihr habt es eh gewusst Bastard Das ist so geil Das ist so geil Wenn er das macht Oh mein Gott Die muss irgendwie Vanessa Noch resetten Dass wir irgendwas killen Vor allem haben wir den Ja ist der der verhurtete Josephine Wirklich glancing Interessiert dich nicht Das ist gerade so uncool Irgendwie Alles irgendwie so halb down Aber gut Double kill Urgeil einfach Wenn es so ist Ist es sehr lustig Wenn ich ehrlich Rip crystals alle Wenn ich wusste Dass so ein overpowerless update kommt Hätte ich die letzten zwei Monate Nicht gefarmt Hat sich eh nicht gelohnt Einer von Jagadrissel Going for the W Wer nicht Okay Was ist besser Das Problem ist halt Wenn ich last pick Habe Ist das halt irgendwie So counter Ich glaube ich müsste auch irgendwie Wenn ich jetzt wieder Kein tablo Ich glaube ich sollte irgendwie Eher tablo picken Als Jemaya Ich glaube das wäre irgendwie Besser Weil so kriege ich halt Auf jeden Fall irgendwie So turn Turn two Also zweimal halt irgendwie Turn one sage ich mal Weil jetzt kann ich Mein können Können natürlich schon Probieren wir sowas Jetzt habe ich halt nur Ein speed lead Also ich glaube Ich glaube Jemaya Ist besser gegen tablo So der wird wahrscheinlich Daphnis oder Taylor bannen Oder Wie her bist du Du bist richtig Naja Nicht so langsam Okay Banzek Weiß ich nicht Ob das der richtige Bann ist Weil so kriege ich Turn one Er ist schier boosted Daphnis, Theo, Jemaya Ich glaube ich Wir werden alle drankommen Ich muss glaube ich Scheiß Ich muss den Jumping auf jeden Fall Killen Okay Down ist er Dann machen wir Dritten skill Für Reduce Keine Ahnung Wie viel Schaden Und zweitens Skill machen wird Das ist jetzt so I don't know Okay Jack Refresh Die scheiße Juno kommt vor Theo dran Aber gut Freeze in Revenge mich schon wieder Stuntman Daphnis Okay Germanky Menteo Kommt vor der Juno dran Squall auf Juno So lass mich noch Squallen Ich will sehen wie viel Schaden wir machen Antwort Nicht so viel Aber Wer weiß wie Tanky Juno war Vielleicht Minus Wasser Oder so Selber Typ Also gut Schauen wir mal Was er macht Okay Tableau diesmal Okay Erpigment Gemmaier Und ein Fire Oder doch nicht Ich könnte Jetzt irgendwie Eine F-Lab Picken Rektor Irgendwie will ich halt Einen zweiten Speed Oder will ich Einen zweiten Speed Lead Ich weiß nicht Irgendwie hätte ich gerne Einen zweiten Speed Lead Was war das für ein Ryu Weißt du was Scheiß drauf Keine Ahnung Wenn ich sowas spiele Ich muss ich jetzt Irgendwie Dings Spannen Rektor Rekka Okay Finde ich irgendwie Nicht so wild Gerade Okay 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 Dann muss ich mich schauen Was ich richtig spiele Da jetzt Was machen wir Auf jeden Fall Boosten Okay Gestunt Strip Beschissen ist halt Ich meine Okay Ich kann halt Ich muss halt Rekka strippen Ich muss Rekka strippen Hab ich gesagt Sehr geil Oh man Ja Ist halt Ist halt Ist halt Ist halt schon wieder Behindert Ohne Ende Dass wir halt Rekka Gerade nicht gestrippt haben Mit viermal Dings Da wum Ich meine Komm Ist ein bisschen Lächerlich Schwier Okay Beschissen ist Meine F nur zu langsam Dass die irgendwie Den scheiß Jamiya Killed Segment hat auch nicht Killed Jetzt hat er wieder Rewires Ready Ich hoffe Stunt Nicht meine Scheiß Äffner Ja Okay 3 Tots auf öffner körper fokus siegert nicht okay seine rika ist uhr langsam okay aber wir haben auch alle wir haben auch alle slow debuff und scheitern kein heal okay ich wollte schon sagen tablo rette mich der schie ist tot hast du wieder passiv ja okay ganz ehrlich er hat eh nur umgelackt ich mein kommer da er hat was alle vier dinge hat er resisted mit schein sei schier ist doch lächerliche man ganz ehrlich mit tf schlechteste rika er war wohl langsam und alles auf wei und glaube ich war die nachsteckt mich da jesus aber wurscht irgendwie macht es irgendwie macht trotzdem spaß bis leid schiegelgenia schiegelgenia was wäre da gar nicht ich weiß nicht immer wenn man hier sagt man hier sagt wunser weißt man öffnen wird auch gehen ich probiere sonja ganz ehrlich keine ahnung und es könnte wie ein swift genie sein kann ich weiß auch nicht wie schaut meine sonja gerade aus wieso hast du immer noch so ein scheiß da habe ich noch nicht geändert oder keine ahnung ok er kommt nicht mehr so user sitzt vor aber gut schon mal da ist kein swift genie ich muss ja eigentlich ich kenne ich weiß nicht wie viel schaden machen ok das war dann doch ein bisschen was oh mein gott wobei ich hätte ich habe zum resetten ok ich glaube ich hätte eigentlich besser gewesen mein wooser macht halt macht halt den scheiß kaboom ok gar nichts zu übel meines sonja eigentlich also so wenig schaden ist es gar nicht wenn das ding ist dass das artefakt da ist ja scheiß haben wir irgendwie keine ahnung umso höher schaden auf wasser aber ok was ist denn crap 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 alles urmüll hm hm das schaut irgendwie besser aus hm oder nah einzeln naah scheiß drauf ich glaube es passt schon so das war es mit meiner energy wir haben keine energy mehr 46k am genie war gar nicht zu übel eigentlich also es sollte im normalen Fall reichen irgendwas halbwegs nicht tankiges halt ultra tankiges halt irgendwie zum one shotten glaube ich ja ist das vielleicht noch ein sonja game wenn er schon mit wooser ankommt was machen wir da speed keine ahnung das erste was ich da schon wieder denke irgendwie ist halt einfach an und wooser weißt das ist halt es garantiert mir halt irgendwie turn one ne das ist halt padel und tierenlängen ok lohnt sich's tablo zu picken warum nicht ha was würde ich bannen wollen habe ich irgendwie angst vor tieren lang was ist wenn ich Chivo wieder bannen na der kann halt kein speed lead ne dann sollt sein F noch nicht turn one kriegen er bann halt mein Hahn ist ja klar hm ja ich sehe mich da das ist irgendwie Wunser passt da halt irgendwie nicht ne mein anderer ist jetzt muss ich boosten grad ich machs irgendwie ich weiß hier lenkt passive zweiten skill ok das ist ein bisschen extremst lucky so dann killen wir halt den scheiß padler es reicht halt wieder nicht ne das ist halt bitte progt nicht wooser ok gar nichts von dem hat geprogt das ist gut so reset wuoser scheiß auf dianleng tablo macht tablo dinge ok und damit ist eh gg ne naja keine ahnung irgendwie wenn ich ihn halt zerstört aber der triple disperse dann war ein waldbild ne ich glaube es war ein triple disperse dann weiß ich was gewesen wäre ohne also ja irgendwie wundser ich mein Hahn wundser ok wie das so ja aber das ding ist eh Hahn kommt eh nicht durch ja und zähne ne also hat der 105 base speed ne und ja weg weg mit der scheiß ok sonja das heißt er braucht noch er bräuchte eigentlich er bräuchte eigentlich noch ein speed lead halt ne was was pick ich leider was 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 könnte ein Wasser strike irgendwie picken ne ich meine ich könnte Hahn auch da picken ne lohnt sich Hahn er würde sowieso Hahn bannen ne das ist halt hätte ich halt Hahn gepickt hätte er vielleicht nicht Jamaya gebannt ne jetzt sein können wer weiß so wir müssen irgendwie Shizuka resetten glaube ich hoffe ich Shizuka resetten ok ja in strippen ok das war nicht so wild das war wilder Sonja gestunnt ne das Ding ist halt alle Units die bei mir irgendwie langsamer sind als Tablo ist halt eigentlich scheiße ne wenn man es halt so nimmt ne weil die halt nicht zweimal drankommen ne so man kann ich glaube ich nicht oft genug resetten auch wenn man irgendwie Sonja hätten resetten sollen aber die oneshottet jetzt irgendwas aber who cares hoffe ich einmal das und das ist tja mein deutscher freund obwohl ich habe sogar meine meine mental oder one shot lassen mit mit sonja weil ich hätte ich hätte mir resetten können aber warum warum soll ich das machen wie will der mensch und seine sonja gemacht ich kann sie ich muss erkennen ich muss ja kein replay schauen ich kann einfach mal ein record weil aufmachen schauen ich habe auch so viele 43 k das ist ja da ist ja lächerlich spaß hat gereicht und mein taro zum one shotten was ist das für ein scheiß artefakt irgendwie im knall irgendwie die grappigen artefakte swiftiger word ich denke mir schon wieder halt irgendwie wunser weißt ich mags es wäre was anderes wenn ich wüsste was irgendwie last pick weil ich ja kein speed lead oder so wieder gab dass das ein swift wird ich bin den bastel der band die haare ist so scheiße es ist wieder so so ich meine okay wir haben wenigstens den reset na schauen wir mal also gut nicht mit der sheer dritten skill machen weil den brauchen wir um irgendwas zu killen so ist doch ein chest revenge wird keine ahnung werde nicht zweiten skill oder zweiten skill immer noch nicht revanched das ist wie wenn ich gehört keine ahnung okay finde ich die juno reset den peder und dann fress mal die scheiße von charlotte sowieso ist auch der kein glanzig oben da wirst du segment like warum meine schild glanzig um wird den dritten skiller drede nur werden sich den Parrot trotzdem gekillt, außer wir werden extremst unlucky. Oh mein Gott, Vaio Charlotte. Ja, war eh klar. Luck sackt mich halt. Der hat sich den zweiten Skill ready. Vaio Proc ist sicher gleich wieder. Crittert mich, trotz Glancing. Oh, Tablo, save me. Wie können wir das verlieren? Einfach keine scheiß Debuffs auf Dings herum. Keine Ahnung. Ja, wohnst du halt einfach wieder. Aber was soll ich machen? Ich meine, okay, nicht jeder weiß, dass das irgendwie ein Despair-Segment ist, aber irgendwie macht halt irgendwie der Sheer-Bun trotzdem finde ich mehr Sinn als so ein Segment-Bun. Meine Segment ist halt einfach nicht schnell genug, um irgendwie mit gegen Swift-Units halt irgendwie zu. Das ist so mein komisches Cleaver-Hirn. Ich will halt einfach irgendwie Wounds picken wegen Turn 1. Was ist das? Ich würde am liebsten jetzt schon Fiery picken. Aber ich mach's nicht. Keine Ahnung. Scheißegal. Soll ich gleich liefen, oder? Sonja? Sonja und Bandin Trottel da, ha? Okay. Keine Sonja. Ich schwör, wenn ich so picken würde, ja, ich würde mich einfach... Ich würde irgendwo runter springen, oder so, ja? Kein Spaß, oder wie... WTF einfach nur. So, was will ich machen, ha? Zweiten Skill, ha? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Puh. Mein Gott, ey. Na kommst du an mich, ha? Wirklich, Alter, du beschissenes Scheiß-Kind hier. Wirklich. Deine Drecks-Nook-Teams da und dann lackseckt er mich irgendwie weg schon wieder. Wirklich, Alter. Macht nichts, um zu gewinnen. Steht einfach nur beschissen da. Pick die größte Scheiße, wirklich die langweiligste Scheiße, die ich jemals gesehen habe in meinem Drecksleben. Und lackt mich einfach nur, ich bin beschissen weg hier. Wah. Ich gebe dir kurz darauf ab. Va. 始um moving elsiltes 조심ers Sie. Ja. Na, meine ich habe resp 힘들et. Ja, nein, ich mache petits. Ich mache mich dann... Keine Ahnung. Es ist immer últimos ideas,